weiter geht's wir haben neue punkte bekommen die frage ist jetzt habe ich sechs punkte die frage ist wie komme ich denn eigentlich an weitere sachen benötigt amateur im kampf das heißt benötigt amateur im kampf amateur werde ich mit vier punkten weiter ausweichsdistanz fünf schaden bei kontinuierlich plus 10 aber ich null habe kann ich ja nicht bis zehn prozent haben das wäre wichtig letzten drei habe ich noch ich habe vier verfügbare punkte lerne das ist schon mal schön okay cool charakter kosten schnüffler könnten wir jetzt machen erfahrung der feinde dann würde ich hier noch sparen wollen wo komme ich denn jetzt an weitere hunde besonders wo komme ich an die krankenhunde der hat ja eigentlich gesagt beim hundetrainer das ist ja eigentlich er hier ich finde hier aber auch sonst gar keine hundekäfige oder sowas und wenn ich die wachhunde nicht bearbeiten kann was soll ich da machen ich wusste nicht dass da unten welche lang laufen die sind doch neu oder die kämpfen doch bestimmt mit mir und dann kriege ich die proben sag ich doch sehr gut hallo kein gegenstand kein gegenstand okay wir haben jetzt eins von drei ich will da ehrlich gesagt noch nicht hin weil ich nicht weiß was für resultate das bringt ich geh jetzt erstmal hier nochmal rein wo ich eigentlich mit dem typ sprechen muss suchen wir erstmal bei den hunden weiter ich will die nebenquests abschließen ich könnte mir vorstellen dass hier eventuell welche sind hätte bewegt sich noch die lebt noch das ist ein zombie vielleicht bei unserem freund vielleicht bei unserem freund das ist ah there you are roy you kept me waiting there were too many guards the last time we met wouldn't have been too smart to show our merchandise in front of so many eyes but this is a bit quieter so we can talk more openly and you can understand where you went wrong you don't know who you're dealing with buddy but don't worry you'll learn um that's gonna cut ah we ah 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 Oh, oh, unser Freund braucht Hilfe. Chemische Komponenten. Okay, ähm, jetzt haben wir schon mal zwei Runde Proben. Dann könnte tatsächlich im Ghoul-Lager noch sowas passieren, oder? Innen drin vermutlich ja nicht. Also gehen wir nochmal ins Ghoul-Lager. Ne, da sind die Zisterne, glaube ich. Ob wir hier jemals rauskommen? Ich wollte selber nochmal gucken, aber da ist keiner. Okay. 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 Ah. Needwash. Okay. Zum Tierarzt. Ich laufe. Auf jeden Fall jetzt sehr praktisch, dass wir eine Heilung haben. Eine automatische. Hier, ich habe die Samples, die du brauchst. Ich hoffe, dass du eine Behandlung finden kannst. Es ist nicht leicht, dass du eine Behandlung finden kannst, mit dieser Art von Behandlung. Aber wir können eine Behandlung für die anderen Behandlung machen. Kommt zurück und sehen uns später. Okay. Hey, du denkst wirklich, dass ich meine magische Wand wacke, um diese Art von Analyse zu machen? Hör auf dem Traum, Junge. Besonders, wenn ich es in der Kuchen mache, mit all diesem schützlichen Werkzeug. Ich brauche ein bisschen Zeit. Okay, okay, mach es einfach. Ich komme später zurück. Gut, dann besorgen wir uns jetzt mal die Knarren, oder was? Wir gucken mal. Der Blues? Achso. Ich weiß gar nicht, wie ich den überwinden soll. Charakter. Vielleicht brauche ich hier irgendwas von. Hauptmission. Dann besorgen wir jetzt erstmal die Waffen. So, wir müssen noch was gelootet. Das war da, ne? Jetzt gehe ich trotzdem erstmal nochmal hier gucken. So, wieder ab in die Höhlen. Ich hoffe, die Morvors-Viecher sind jetzt auch noch tot. Wo bleibt der denn? Okay, bleibe ich alleine hier. Ich bin irritiert, dass da welche rumstehen. Und auch ein Feindbalken oder Gesundheitsbalken angezeigt wird. Ein roter. Wo ist er denn? Mist, ey. Ich habe kein... Das weiße. Ähm, das wollte ich noch nicht gleich verstehen. Alle CRA Ach shit, ich hab immer die falsche Taste gedrückt. Zum Ausweichen. Spritze für Sirumsextraktion, okay. Mit der Serum-Extraktionsspritze kann Royer Serum aus dem Körper ein besiegter Feinde ziehen. Das ist tödlich für das Opfer und Royer's Ruf wird deutlich beeinflusst. Drücke nach dem Kampf E, nehme einen besiegten Feind, um ihn endgültig zu erledigen und das Serum zu sammeln. So ähnlich wie bei Bioshock, wir versuchen es erstmal ohne. Durchsuchen kann ich die trotzdem nicht? Gut, dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitzbedanke mich im Biest, ja ne.